Jo! Ein Männerhasser? Ja, ja, ja. Cool, so eine Frau habe ich gerne. Ja. Lass dich gerne den ersten so. Ja, das ist voll geil. Er braucht das, das stimmt. Der ist ein bisschen gerobt, der Obi. Oh Gott! Das ist ja nicht so, dass sie in deinem Haus wohnen. Das ist ja nicht so, dass sie in deinem Haus wohnen, für Umlauber. Das ist ja nicht so, dass sie in deinem Haus wohnen. Doch, Granate bereits. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ah ja, ich wollte mal noch schauen wegen deiner Sprache da kann es nicht sein. Gell? Da kann es echt nicht sein. Was spielt jetzt einfach eine Charol-Money? Ja, nein. Nimm mich einfach runter. Alter. Da! Da! Aber du hast es aus dem Sohn gehauen! Äh! Hoi! Oho! 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 Wo ist er jetzt? Oho! 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 Neutralisiert! Oho! Ehh! Der Obi, du! Feindliche Hellstorm entdeckt! Ja logisch! Mit der Hellstorm, ganz klar. Ja Fick die Echte! Leck mich am Arsch! Ja logisch! Mit dieser Drecks-Hailstorm! Oh, ich höre irgendein Wägelchen, weisst du das? Was ertönt? Wieso killst du mich nicht? Ich will aber eure Stasi! Ich habe halt einfach geschossen! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ah logisch! Mann, hey! Der Drecks hat geschült, er hat geschült aufgestellt in der Küche! Ah, Fick die Echte! Das hat er mir von Sandwich genommen, weisst du! Das gibt es ja nicht, du! Ja logisch! Hast du die Küche? Das hast du keine Chance! Eine feindliche Fernlenkladung entdeckt! Oh, wie verdammt! Du hast es heute gerne in mir rausgehe! Das ist so verliebt, ja! Ich komme jetzt auf der Drecksratte, Herr Ebi-Tot-Match! Uwe, ich weiss! Endlache, Masu! Tausend Schüsse auf den Obidu! Bis dieser Mal stirbt, hey! Sie hat mir wieder gefeiert, der Scheissschütz! Und für drei Mal hat mir das Schütz bei der Schweiz unten! Aber schon natürlich... Oh, oh! Es geht natürlich nicht weiter! Aha, es ist kaputt! Jubi-Jubi-Ponta! Sie macht sie doch online! Vergiss bitte etwas Blut! Ah, f*** die doch echte Mann! Die können mir jetzt nicht einfach... Der Mann ist verschwunden, Mann! Der Scheissschütz-Totter, hey! Ich war jetzt! Du Verdammens, ich hab gerade auf Englschoned! Es ist kein Rumpen! Da, da! Jawohl, Entlach. Ja, so bin ich halt. Tödlach. Und männlich. Ah! Ah, du wichst! Schau an, mit was er kommt. Und nur genau, mit was er kommt. Mit was kommt er? Ja, mit so einem Panzerknacker, oder? Keine Ahnung. Du meinst, bin ich zuerst Panzerfaust? Ja! Hey, Panzerfaust. Au! Oh! Ah, f*** die, f*** die, f*** der Scheissstein! Ah! Schau, wie ich übereinander juchze. Echtens. Wie so eine Pussy. Echt. Wieso treffe ich denn hier? Wieso treffe ich denn? Wieso treffe ich denn? Echt? Er läuft immer zu sitzen. Hei, 17-1. 17-1. Ja, ich schaue, ich versuch das irgendwie abzlöschen. Ich schaue nicht an. Nein. 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 Oh! Wieso habe ich den gesehen? Bist du so recht gespawnt dort? Oder spielst du jetzt schon länger dort hinein? Nein. Ich habe dort hineingelassen, Fabio. Okay. Wieso habe ich den gesehen? Neutralisiert. Wieso habe ich den gesehen? Ich verlaufen. Oh, wei! Du verdammt ein Camper! Das darf nicht wahr sein! Ja, ich habe den zuerst probiert abzuschissen. Noch bist du von hinten gekommen. Ja! Jetzt weiss ich wie es uns geht die ganze Zeit, Robi. Mhm. Oh. Bedrohung beseitigt. Wann machen! Dann kannst du uns auch schielen. Ha! Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Zweite auf mich! Schau mal! Schau mal! Der Wichser! Nein, der schlägt mich mit der Kolbe kaputt. Ich weiß es nicht. Ah! Ah! Wann mach ich denn auch gut? Jetzt haben wir zwei hinter mir und vor mir. Wann mach ich denn auch gut? Jetzt haben wir zwei hinter mir und vor mir. Der Matschik kennt auch gut. Fick dich! Die Zeit ist fast abgelaufen. Na los doch! Na ja, grüße Augensteine. Hä? Was? Okay. Aha! Wo ist das? Der Todesmetzler! Zwanzig! Zwanzig! Ich fühle es an mich! Schau mal an! Schau mal an! Schau da oben! Ja ja! Ja ja ja! Wie so ein Spreitchen! Ja ja! Schau mal! Schau mal! Krass! Schau mal an! 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 Untertitelung des ZDF, 2020